Wie gesagt, diese Demonstration heute ist eine Solidaritätsdemonstration. Ich möchte gerne nochmal die Worte von Mace Garf wiederholen, das Ende ihrer Rede. Überlegt euch, was für Menschen ihr sein wollt. Ich wäre gerne die Unruhe in euren Herzen. Heute brauchen die Rescuer nun uns und unsere Hilfe. Lasst uns über sie sprechen, lasst sie in unseren Herzen tragen und lasst uns Druck machen. In Griechenland kann man 18 Monate ohne Anklage in Untersuchungshaft sitzen. Es drohen Hassstraßen bis zu 20 Jahren. Die Anklagen lauten Spionage, Gelderveruntreuung und Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Ich danke allen, dass sie gekommen sind und ich denke, wir laufen jetzt los mit Musik. Es wird ein Open Mic geben. Ihr seid alle eingeladen, an eure Mitstudenten zu erinnern und Mitstudenten. Wer mag, nimmt sich das Mikro und hält eine kleine Rede. Jetzt gleich. Vielen Dank. Vielen Dank.